Wo sind Leichtigkeit, Humor und Aboganze? Quasi das, was dich ausmacht in der Wettel. Also wer zerstört sich selbst mit einem Limitschwechsel? Oder hab ich mich verdruckt nach dem artigen Outro deiner atmosphärischen Runde? War die Stimmung kaputt? Wir wollen, dass du witzig wirst! Die Ängste schien aber okay, doch...